Hallo, einen wunderschönen guten Tag. Hier sind wir unterwegs mit Vekran auf Teneriffa. Dies ist etwas im Norden, das Tevesitas-Stand. Wunderschön heute. Ein bisschen windig auf wolkenloser Himmel. Auf der Krise nichts zu tun liegen hier. An dieser Stelle eine wunderschöne Grüße nach Gran Canaria. Na, die Hobotique. Und wie ich das immer möchte, ein bisschen Urlaubslaune machen. Ein bisschen Werbung machen für Teneriffa. Um zu zeigen, wie leer die Strände hier sind. Also es ist wirklich für jeden noch ein Plätzchen frei. Ja, das ist es im Wesentlichen auch schon wieder in diesem kurzen Video. Teneriffa ist immer eine Reise wert. Und ja, wer Lust und Laune bekommen hat, einfach mal im Internet schauen, ins Reisebüro, im Reisebüro anrufen, ob sich nicht ein passender Flug finden lässt. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Euer Ricardo. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.